irre der absolute hammer es ist jetzt montag der 27 10 uhr vor grob einer halben stunde waren die tausend abonnenten erreicht leute ihr seid der hammer ich habe gedacht vielleicht klappt es bis ende der woche nein es hat bis anfang der woche geklappt mega cool ich freue mich wirklich super super jetzt komme ich ein bisschen in stress weil ich wollte eigentlich im laufe der woche ganz in aller ruhe dass tausend abos special und das gewinnspiel vorbereiten muss ich ein bisschen schneller sein gibt mir trotzdem bitte noch die woche zeit ich habe echt viel andere sachen noch zu tun ich wollte jetzt auch nur ganz kurz bescheid sagen also wir haben die tausend erreicht diese woche bereite ich alles vor und ich denke dass anfang mitte nächster woche dann das tausend abonnenten special mit einem geilen gewinnspiel auf euch zukommen wird und da könnt ihr euch darauf freuen mehr gibt es an der stelle auch gar nichts zu sagen noch mal danke 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 ich freue mich wirklich super so gegen eine woche richtig geil an und auch noch eine relativ kurze woche naja für viele zumindest für mich nicht ganz ich habe am wochenende zwei hochzeit shootings egal alles super ich freue mich total und mehr wollte ich dazu gar nicht sagen alles in vorbereitung nächste woche geht es dann wenn alles klappt gibt es dann das 1000 abonnenten special mit ganz vielen neuen infos mit einem gewinnspiel mit geilen preisen und mit party also bis zum nächsten mal bis nächste woche macht's gut und danke